Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Heute reden wir ein wenig über die kommende UFC Fight Night. Ja, UFC 258 ist vorbei. Nun sprechen wir über die nächste UFC Fight Night und zwar die am kommenden Wochenende. Lasst gerne eine Bewertung bei iTunes da oder auch ein Follow bei Spotify oder natürlich auch ein Daumen nach oben bei YouTube. Im Main Event steht Curtis Blades vs. Derrick Lewis an und das ist ein wirklich spannender Kampf, von dem ich persönlich aber aktuell glaube, dass er relativ eintönig wird. Wir haben die letzten Kämpfe eines Curtis Blades gesehen und wir wissen, wie Curtis Blades kämpft. Das haben wir gesehen gegen Abdur Rahimov, das haben wir gesehen gegen Justin Willis. Da hat Curtis Blades diese ganz, ganz witzige und berühmte Promo geshootet, wie er gesagt hat. Big Titties go home und mit diesem Kampf ist Justin Willis damals sogar nach Hause gegangen bzw. er wurde von der UFC entlassen. Er hat gegen Junior Dos Santos gewonnen, gegen Alexander Wolkow. Das heißt, wenn wir uns den Fight Record von Curtis Blades angucken, dann sehen wir Siege gegen Alexander Wolkow, Junior Dos Santos, Alistair Overeem, Mark Hunt und Alexei Olejnik und zwei Niederlagen. Curtis Blades hat in seiner Karriere, in seiner UFC Karriere zweimal verloren, beide Male vorzeitig, beide Male hat er nämlich gegen Francis Ngannou verloren. Das heißt, Curtis Blades hat in Ngannou so ein bisschen sein Kryptonit gefunden. Das, genau aus dem Grund hat er auch noch keinen Titelkampf bekommen, denke ich. Ich denke, hätte er damals gegen Ngannou gewonnen, beim zweiten Fight, dann hätte er einen Titelfight bekommen. Aber Ngannou hat Curtis Blades in 45 Sekunden gefinisht. Das war die UFC Fight Night in Shanghai, meine ich sogar. Damals hat Ngannou eben sehr, sehr beeindruckend gewonnen, aber seitdem hat Curtis Blades vier Kämpfe gemacht, vier gewonnen. Nun steht eben der Fight gegen Derrick Lewis an. Derrick Lewis auf der anderen Seite, den darfst du nicht unterschätzen, denn es ist knapp über zwei Jahre her, dass er um den Gürtel gekämpft hat. Okay, wir müssen auch verstehen, wie die Konstellation damals war, das heißt, wie kam Derrick Lewis überhaupt zu seinem Titelkampf gegen Daniel Cormier. Derrick Lewis hat bei UFC 229, das war das Conor gegen Khabib Event, gegen Alexander Wolkow gekämpft. Da hat er in der dritten Runde kurz vor Schluss durch Knockout gewonnen, ein Kampf, den er nach Punkten definitiv verloren hätte. Und dann hat die UFC für den nächsten Pay-Per-View, für UFC 230, ein Main Event gebraucht, weil die Leute gedacht haben, die UFC will sie verarschen, wenn sie sagen, hey, Valentina Shevchenko steht gegen Sierra Eubanks im Main Event. Da hat Joe Rogan auch im Podcast, meine ich, gesagt, dass er Eubanks gar nicht kennt. Und er sich fragt, warum die UFC das bucht und die UFC hat händeringend nach einem besseren Titelfight gesucht. Und dann war das so, dass Derrick Lewis medizinisch gesehen noch gesperrt war. Wir wissen ja, es gibt verschiedene Arten von Sperren. Bist du gedopt und wirst gecatcht, dann wirst du gesperrt, dann bist du aber auch auf gut Deutsch am Arsch. Das heißt, dann lässt sich die UFC nicht kämpfen, komme, was wolle. Diese medizinischen Sperren, das sind doch eher Empfehlungen. Das heißt, Derrick Lewis war gesperrt, wohlgemerkt, es war nur drei Tage, aber trotzdem war er noch gesperrt. Also drei Tage waren noch übrig von seiner Sperre. Er war aber gesperrt, aber es ist dahingehend eher eine Empfehlung. Wenn man sagt, Conor wurde nach seinem Fight gegen Paulie sechs Monate gesperrt, ja, dann ist das Quatsch. Denn erstens müsste McGregor nur einen Scan durchführen lassen, müsste zu einem Arzt gehen und seine Hand untersuchen lassen und sein Bein. Zweitens könnte die UFC ihn trotzdem einsetzen. Conor ist ja nicht wegen leistungssteigenden Substanzen oder so gesperrt worden. Genauso wenig wie Derrick Lewis. Deshalb kam er zu seinem Titelfight und im Cage, naja, da hat dann Daniel Cormier mit ihm einfach gespielt. Da war Daniel Cormiers Ring einfach zu stark. Dann hat er gegen Junior Dos Santos verloren und dann hat er aber drei Siege in Folge. Blago Ivanov, Ile Latifi und Alexei Olejnik. Nun will Derrick Lewis eben gegen Curtis Blades gewinnen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert. Ich denke, das werden fünf Runden sein, die vollgespickt mit Ringen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da eine Stand-Up-Schlacht sehen werden oder was auch immer. Derrick Lewis gegen Curtis Blades wird fünf Runden lang wrestling. Dann haben wir ebenfalls auf der Maincard Jana Kunitzkaier gegen Ketlin Vieira. Wir haben Alexei Olejnik gegen Chris Dawkos. Wir haben Andrzej Alowski gegen Tom Espinall. Das heißt, für die Veteranen unter euch, die schon lange UFC-Fan sind, die freuen sich natürlich, wenn sie einen Olejnik sehen, wenn sie einen Andrzej Alowski sehen. Und dementsprechend würde ich euch in das kommende Wochenende entlassen. Die UFC Fight Night läuft wie gewohnt Samstag auf Sonntag. Diesmal aber einen kleinen Ticken früher und zwar um 2 Uhr. Wie immer live bei DAZN. Link für einen Gratis-Monat bei DAZN gibt es natürlich bei WeLoveMMA in der Instagram-Story. Deshalb folgt gerne uns, WeLoveMMA, bei Insta. Und damit würde ich sagen, bin ich auf eure Meinung gespannt. Haut rein, wir hören uns. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.